In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du bei Instagram Benachrichtigungen einschalten kannst. Wenn du jetzt bestimmten Profilen folgst, von denen du einfach keine Beiträge verpassen möchtest, dann solltest du unbedingt bei diesen Accounts die Instagram Benachrichtigung aktivieren. Denn du erhältst dann automatisch eine Push-Nachricht auf deinem Smartphone, dass diese Person zum Beispiel einen neuen Beitrag gepostet hat. Aber du solltest unbedingt bis zum Ende des Videos dranbleiben, weil ich verrate dir auch noch eine Strategie, wie du schaffst, dass deine Follower bei dir die Instagram Benachrichtigung aktivieren. Wir gehen jetzt einfach direkt in Instagram rein. Du gehst einfach mal auf mein Instagram Account, um das Ganze zu testen, ob es bei dir auch funktioniert. Klickst jetzt einmal auf Folgen und dann beim Folgen ist ein kleiner Pfeil beabonniert jetzt. Und da klickst du einmal drauf und schon landest du bei Benachrichtigung. Da klickst du drauf und dann hast du jetzt die Auswahlmöglichkeit, Beiträge, Stories, IGTVs und natürlich auch noch die Live-Videos zu aktivieren. Wir aktivieren jetzt einfach mal alles und dann hast du das erledigt und gehst zurück ins Profil. Jetzt musst du einfach nur noch warten, bis ich einen nächsten Beitrag oder eine nächste Story oder IGTV-Video poste und du erhältst direkt eine Push-Nachricht auf deinem Smartphone und dann siehst du, das Ganze hat funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe dir ja noch versprochen, eine Strategie dir zu verraten, wie du schaffst, dass auch deine Follower bei dir die Stories, die Benachrichtigung aktivieren. Warum solltest du das Ganze überhaupt tun? Ganz einfach, dadurch, dass viele Leute bei dir das natürlich aktiviert haben, bekommst du von Instagram so einen kleinen Boost, weil der Instagram-Algorithmus sieht dann, okay, das Profil muss relevant sein, wenn so viele Leute die Benachrichtigung bei diesem Profil aktiviert haben. Aber zusätzlich bekommst du natürlich auch sehr viele frühe Interaktionen. Sobald du einen Beitrag postest, werden die Leute nämlich aufmerksam, bekommen eine Push-Nachricht, gehen in den Beitrag rein, kommentieren und liken. Und gerade in den ersten 60 Minuten viele Interaktionen zu bekommen bei Instagram, ist sehr gut für den Algorithmus, weil dann dein Beitrag natürlich die Chance hat, auch über die Hashtags besser ausgespielt zu werden, beziehungsweise sogar mit etwas Glück auf der Explore-Page zu landen. Und das bedeutet im Umkehrschluss für uns natürlich deutlich mehr Reichweite. Und das ist ja unser Ziel auf Instagram. So, ich habe dir jetzt die Vorteile genannt und jetzt möchte ich auch noch mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert, dass du schaffst, deine Follower davon zu überzeugen. Dafür nutze ich eigentlich immer sehr gerne Gewinnspiele. Ein kleines Gewinnspiel wäre zum Beispiel, du sagst jetzt, alle Leute, die bei mir die Benachrichtigung aktivieren, bekommen zum Beispiel die Chance auf einen 50 Euro Amazon-Gutschein oder ähnliches. Dafür habe ich einfach mal hier eine Story-Vorlage erstellt. Die kannst du auch immer wieder in der Story posten. Und wenn du eine spezielle Vorlage haben möchtest mit deinem Profil, dann schreib mir einfach gerne bei Instagram eine private Nachricht und dann mache ich dir ein kleines Angebot. Wie gesagt, diese Story-Vorlage könntest du dann immer wieder posten. Du kannst auch den Leuten sagen, hey, ich poste heute irgendwann mal ein kleines Gewinnspiel. Ich sage euch nicht wann, ihr solltet unbedingt die Story, die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr das nicht verpasst, weil die ersten drei Leute oder so können etwas gewinnen. Oder die Leute, die als erstes interagieren, haben eine größere Gewinnchance. So hast du natürlich dann noch mal die Möglichkeit, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Benachrichtigung aktivieren müssen, um einfach auch besser beim Gewinnspiel abstauben zu können. Und du kannst dir zusätzlich auch noch sagen, hey, aber ihr müsst mir auch ein Screenshot davon schicken, dass ihr die Benachrichtigung aktiviert habt, weil nur dann kommt er wirklich auch in den Lostopf. Wäre auch noch eine kleine Möglichkeit. So kannst du auch überprüfen, wie viele Leute du quasi durch diese Aktion dazu gebracht hast, dass sie bei dir die Benachrichtigung aktivieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da. Ansonsten, falls du eine Frage hast, schreib einen Kommentar. Und wie gesagt, folg mir auf Instagram, abonniere meinen YouTube-Kanal und das war's.